Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Baldur's Gate 3. Wir haben letztes Mal ein riesiges Portal geöffnet, haben einen Haufen Viecher weggehauen und jetzt ist Taniel in unserem Lager. Mal gucken. Was passiert? Ich hoffe so sehr, dass die Tieflinge noch leben. Ich habe echt Angst, dass ich zu viel Nebenzeugs gemacht habe und jetzt alle im Eimer sind. So, wo ist er denn, unser Halsemann? Ist der hier? Ja, da ist er. Aber ohne Jungen. Wie es scheint. Hallo Will, du bist unwichtig. Oh weia. Kann man das rückgeweig machen? Ich habe mal ein Schattenkind getroffen, einen kleinen Jungen namens Oliver, etwa in Taniels Alter. Und du sahst diesen Jungen dir selbst? Ja. Das kann nicht ein Verwaltungszimmer sein. Aber wir müssen sicher sein. Und ich meine wirklich, wenn du möchtest. Jeder Moment reicht. Und ich habe schon viel von dir gefragt, ohne zu sein zu sein. Ja, 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 tierisch, tierisch, tierisch. Gut, überlassen das wir. Das muss nicht deinem Verwalt sein. Jeder Moment reicht. Und ich habe schon viel von dir gefragt, ohne zu sein zu sein. Ja, 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 ja. Ähm. 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 Äh. Ich habe übrigens mal ein Schattenkind getroffen. Ja, dann kommst du halt mit. Seems your rank, sir. Dann kommst du halt mal für eine Runde mit. Meine Güte. Weiß ich nicht. Sollen wir jetzt zu dem Oliver gehen? Oder? Ich habe das jetzt nicht so ganz kapiert, was er will von mir. Nein, nicht du, Will. Nein. Ach so, Entschuldigung. Oh. Tschüss. Musik. Mach's gut. Ähm. Du musst leider vorerst mal da bleiben. Tut mir leid. Oh, fuck. Tut mir leid. Ich muss Hals ihn holen. Der ist noch gar nicht geskillt, aber das macht ja nichts. Den nutzen wir eh nie wieder. Wahrscheinlich. Er wird nie wieder mit Hals ihn losziehen, aber fürs Erste, ne? Warum laufe ich denn so lahm? Ah. Ich bin scheinbar... Ich bin scheinbar... Ich bin scheinbar überladen. Nee. Hm. So. Zehn Leben hat er da, Hals ihn. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da jetzt nehmen soll. Also, ich nehme jetzt irgendwas, ne? Zirkel des Mondes ist bestimmt geil. Instinktive Tiergestalt. Super Sache. Wunderbar. Perfekt. Ich will eh nur testen, ob wir den jetzt brauchen für den Oliver. Mondstrahl. Das klingt geil, nehme ich mit. Schauen wir mal. Schwache Genesung brauchen wir nicht. Ich will den Mondstrahl. Ich glaube, ich glaube, Hals ihn wäre saugeiler Gefährte. Aber er passt nicht in meine Gruppe. Das... Das ist leider das Problem. Göttliche Führung rockt immer. Attributsverbesserung. Äh... Ich habe keine Ahnung. Weisheit. Bitteschön. Ich schmeiß den eh gleich wieder raus. Brauchen wir da gar nicht lange jetzt. Ich will nur gucken, ob es was bringt, wenn wir mit dem jetzt zu dem Oliver gehen. Falls der doch da ist. Oh, Waldkreatur beschwören. Das klingt lustig. Das möchte ich haben. Wo ist die Waldkreatur? Da. Cool. Säbelzatir. Mega geil. Eigentlich, ne? Aber wie gesagt... Attributsverbesserung. Ich glaube, da kannst du nicht viel falsch machen. Ich glaube, wir sparen uns den Rest. Wir gehen einfach wieder raus. Und schauen nochmal zu Oliver. Falls der noch da ist. Der war, glaube ich, letztes Mal nicht mehr da. Aber scheinbar geht es da weiter. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht kämpfen. Ich habe die nicht ausgerüstet. Danke schön, Schatten. Herz, danke schön. Was? Oliver. 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 Oli. Ach, das ist Der sieht komisch aus gerade Ich weiß, wer du wirklich bist Wo du wirklich hingehörst Du musst wieder zu Daniel Ob es dir gefällt oder nicht Du gehörst hier nicht hin No Soll ich da jetzt durchgehen Oh, das geht gar nicht gut aus Ich weiß es jetzt schon Ah, Mann Ja, natürlich Wir sind jetzt Jetzt sind wir in der Stadt Gelandet Ach, schön Ah, jetzt müssen wir Papa und Mama tüten Wie toll Kannst kaum erwarten Ja, wir haben einen Nachteil Das ist auch nicht so geil Wo ist der Hund eigentlich Oh Schattenfreunde Halsin, du musst jetzt alles reißen hier Also Halsin, das ist dein Das ist dein Kampf Ich sag's dir, wie es ist Halsin, da musst du jetzt Du mal ran Okay, wir brauchen eine Waffe Und dann wäre vielleicht noch ganz geil Irgend so ein Ja, das war okay So, Halsin Jetzt darfst du mal Was hast du denn? Totstellen Super, das können wir brauchen Geh mal in Höhlenbärform Und dann Hau mal die Mutter Das ist gar nicht übel, du Das ist gar nicht übel, du Das ist die Waffe, du Mist, Kind Ja, die haben noch einen Bams Ich glaube, wenn wir die Die Eltern töten Dann könnte das sehr schnell vorbei sein Hätten wir noch einen singenden Strahlen Mit 25 ist das irgendwie Verschwendung Okay, komm Astadion mit Schwertern Jawohl Passt schon Einer weg Komm, lass es doch Klauschige Scheiße Wir sind genutzt Papas Spucke Ähm Ähm Ich glaube Wenn der hier immer mehr beschwört Dann wird zurückbeschwört Ne, wir haben doch bestimmt irgendwelche coolen Zauber hier, oder? Die so richtig schön Jawohl Das ist es, Leute Oh, ich dachte, die würden jetzt ein bisschen mehr machen, aber okay Ich dachte, die würden jetzt Schaden machen oder so, aber nö Äh, 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 äh Da müssen wir jetzt ein bisschen taktisch kämpfen Mit Feenfeuer und so Sehr gut Feenfeuer for the win So, und du Rein Mach die Mutter kaputt Verdammt Gute Bären Ja, super Oh, die machen Schaden Cool Mach, mach die Mutter fertig Komm Jawohl Die Mutti ist tot Oh Gott Oh Gott Hallo Hört mal auf, die Waffe zu hauen Wir kleinen Mistkinder Ja, wir müssen nicht Jetzt müssen wir den Papa noch töten, ne Das ist gar nicht mal so ohne Ich hab doch keine Ahnung Wie wir das am besten jetzt anstellen Von 20% Ach man Dann hauen wir wenigstens die Kinder weg 6 und 50% Das ist ja wunderbar Komm, alles rein Das ist sozusagen Der Maschinengewehrzauber Still on my feet Ja, er kriegt ein bisschen was ab, aber Komm nochmal Jawohl Komm nochmal Oh Okay, Astadion Komm Scheibenkleister Hau den Vater um Jawohl Immer mehr Kinder kommen da raus Das ist wunderbar Wir müssen Ich glaube Wir müssen jetzt diese Kuppel zerlegen Ich glaube Wir hätten die von Anfang an zerlegen sollen Aber Hat nicht ganz so geklappt Ich habe es Ich habe es eventuell verkackt Okay Der versteht gar keinen Spaß, ne Das ist echter Wahnsinn Uh, die ganze Armee geht los Au Au Ich glaube Wir hätten diese Nachtkuppel von Anfang an angreifen sollen Naja, dann machen wir es jetzt Ich treff die Scheißdicks nicht Verdammt Okay, dann schauen wir mal Dass wir vielleicht irgendwie die Die Kiddies mit einem Eissturm Weghauen können Oh, geschafft Da ist ein Bier Die Bärenschnauze Du hast was du willst Aber nicht das, was du brauchst Daniel Er ist dein Freund Dein Bruder Er ist du Das ist ein wunderschöner Dialog Es sieht so toll aus Du warst sehr tapfer und findig Was könntest du da erst Daniel helfen Veränderung ist normal Sonst könnte man ja auch nicht erwachsen werden Zusammen könnt ihr beiden mehr sein Als ihr vorher wart Das sieht sehr schön aus Höhlenbär ist einverstanden Super Bitte Und jetzt wisst ihr Warum ich Hals irgendwie mitnehme Ja, jetzt wisst ihr es Oh, Astadion ist ausgerutscht Schade Zurück ins Lager Oh, jetzt sind wir in einem anderen Lager, ne? Jetzt müssen wir wieder suchen Ach, da ist der Höhlenbär Und Daniel Er steht Yeah Daniel The Druid Halsen Spoke to me While I was sleeping He spoke of you Said that you fought Shadow and Spite To restore me A hundred years of sickness Almost ended I feel every route that riddles the earth beginning to unfold But there is one anchor Still holding the shadows in place The soul that brought it into being For the land to heal Oh, das wird er Höhlenbär Okay, das finde ich jetzt ein bisschen Das fand ich jetzt ein bisschen schwach Dass er nicht mal mehr Danke gesagt hat Okay Ja, zerstören können wir ihn aber erst nach einem Long Rest glaube ich Wir sind ein bisschen kaputt gegangen Dann habe ich so das Gefühl Höhlenbär Ja, wäre was für dich, hm? Komm mit! Kommt wieder mit. Wir machen Rast. Das war wild. Das war sehr wild. Ach so. Ah. Ja, wir sind so ins Lager gereist. Deswegen. Okay, okay, okay. Alles gut. Gut, dann gehen wir jetzt zu Bette. Keine Ahnung, haben wir so viel Hunger jetzt neuerdings? Oder was ist da los? Okay. Geschafft. Was ist los noch? Gibt es noch was Neues? Nee, ne? Das glaube ich... Nee. Halsin hat nichts. Hier ist auch nichts. Ball. Kannst du haben. Ich glaube, wir verlassen das Lager. Und beenden diese Folge. Und ich glaube... Und ich glaube... Mit dem Bausoleum gehen wir ja noch nicht. Das machen wir erst nach den Türmen, glaube ich. Wir gehen als nächstes in die Sichelmondbrennerei. Und dann... Denke ich, geht's auch schon... In die Türme. Und dann schauen wir mal, was... Dort passieren wird. Das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich über Likes und Kommentare. Macht's gut. Und, äh... Und, äh... Ciao. Jo. Ciao. Bis zum nächsten Mal.